Hallo und herzlich willkommen zu einer rechten Formel von miscreated aber traurig wie es auch ist muss ich euch noch eine scheiß mitteilung sagen und zwar hat der gute herr hier vorne ist ein komplettes Lootstuff verloren alter und deswegen eine einige dumme ich muss sagen es ist schon sehr traurig das sogenannte phänomen der wasserfall hat mich umgebracht was gut ist ich habe den Pascal gleich wieder gefunden ja und zwar am ende der welt gespawnt aber habe ihn dann gefunden bin aber komischerweise dann nackig gewesen wo ich dann Pascal gesehen habe ich weiß auch nicht ach quatsch du hast den kompletten sachen ausgezogen alter man das ist schon ätzend so hast man aber die jetzt alles neu suchen aber die weg spawns heißt es wirklich assi sind zu krass ja also Pascal meinte kurz bevor ich da hingekommen bin waren da noch meine sachen da ist ein zombie Pascal kannst du den töten der leckt voll bei mir ja weil du wahrscheinlich leckst echt ja leicht ja machst du den kalt wo ist meine axt hin wo ist deine axt ich habe hier zwei taschenlampen drin alter ja nice brauche ich nicht wenn meine axt da reinzugehen wenn der da ist der kann mich kill die war mir schon mal ne ach so Pascal ja ich kann gar nichts aufheben warum weil ich keinen platz habe weil du keine sachen an hast ja man genau hier ist eine schlagwaffe hier ist eine schlagwaffe hier ist eine schlagwaffe geil weißt du was ich nehmen kann ich kann nur eine sache in die hand nehmen und die ganzen sachen die jetzt kommen gehen erstmal alle dir alles gut alles gut bist du denn Leute, ich hab nur noch kurz hinten geguckt, ob da ein Backpack ist, weil da immer einer war eigentlich. Ja, ich bin vorne an der Straße. Ja, komm mal. Ich vorne müsste Sultan sein. Oh, dann komm, ich hoffe, Sultan hält. Ah, das ist scheiße. Ich hab auch Hunger und Durst, aber scheißegal. Mathe, Essen hab ich, glaub ich, noch. Ja, hier. Ich kann's ja nicht essen. Gar nix. Doch, wenn du's aufhebst, dann isst du das normalerweise alleine. Ach, wenn ich Konsum, Konsum-Beef. Geil. Okay. Wenn du mit einem Mausrad runtergehst, ne, und dann F drückst, dann isst er das. Okay. Ist nur so ein Vieh. Oh. Wo ist das? Auha, nee, ich muss weg. Ich hab zu wenig dafür. Ja. Für das Vieh. Der hat uns aber nicht gesehen. Ich finde, ich seh grad aus wie ein Rust. Die. Bloß mit Boxer-Shorts und Taschenlampe. Nächste hier ist Sultan. Ah, das ist geil. Guck mal, mal da. Sultan, das Gebäude da hinten. Das gibt's immer noch. Ja. Das ist was für eine Festung, Alter. Ja, ja, ja. Wir haben hier richtig gesuchtet, die Jungs. Sultan. Wenn du in die Augen wieder voll ausgeschaltet bist, müssen wir uns auch mal so ein Haus spawnen. Ja. Dann machen wir das einfach mal, oder? Ja. Aber in der Nähe von Pinecrest, oder? Lieben wir Pinecrest, so. Ja. Ich muss sagen, da gab's auch ziemlich gutes Rücken bis jetzt. Willst du meine Hose wenigstens haben? Hose? Ich mag dir meine Hose eh nicht. Hast du schon mal eine grüne Hose? Danke, Alter. Sieht auf jeden Fall besser aus. Komm, ich, Alter. Du siehst auf jeden Fall besser aus. Aber danke, Mann. Ich kann jetzt wenigstens Sachen aufheben. Ja. Wie viele Slots hat das? Vier, ne? Kannst du auch die Weste nehmen von mir. Nee, alles gut, alles gut, Alter. Alles gut. Dann lass mal luken. Naja. In der Kirche war nie was, oder? Nee. Ich guck... Nee, ich guck mal die rechte Seite, Alter. Okay. Ich komm gleich zu linken. Ich hoffe, dass mal in der Kirche was liegt. Vielleicht hat Gott was für mich da eingelegt, weißt du? Naja. Vielleicht ist Gott gnädig. Ich glaube, Gott mag mich nicht. Für Andi, der hat hier nichts hingelegt für mich. Da ist wie immer nichts. Ähm, wo bist du? Auf der rechten? Ja. Ja. Was hab ich überhaupt in der Hand? Einen Scheibenwischer? Ja. Was ist ärgerlich? Okay, ja. Vier Slots. Was kann ich damit anfangen? Ich muss jeden Expeditiven Scheiß mitnehmen. Nee. Das ist echt ärgerlich. Aber sowas muss mal sein. Als zum zweiten Mal bin ich tot, ne? Ja. Aber direkt Glück, du. Ich hab ein Slowpack gefunden. Gut. Fuck. Guck. Gucken, wie ich aussehe. Ich sehe aus wie so ein Hartz-Vierer bestimmt. Johnny. Ja. Ja. Ja, ich hab jetzt irgendwelche Sachen gegrabt. Auf jeden mit so einem hässlichen AC-Cap. Ach. Ja, ja. Weil jetzt mal irgendwas anhaben, ist besser als gar nichts. Hm. Willst du eine Maske wieder haben? Maske? Ja, hier liegt eine Hockey-Maske. In schwarz-orange. Ach, alles gut, Alter. Eine Hockey-Maske? Ja. Okay, die würde mich interessieren. Welches Haus auf deiner Seite? Welche Nummer? Matsch, komm jetzt raus. Ja. Ich komm auch. AC-Cap. Ja, wo bist du? Ach, da. In dem Haus, ja. Wie schnell bist du denn mit dem Looten, Alter? Da um den Tisch. LOL. Sieht gut aus. Sieht gut aus, oder? Ja. Ja, da setze ich aber jetzt hässlich die Cap ab, ne? Ja. Die Cap ist eher scheiße. Ich hab jetzt einen Hut oben direkt drauf. Okay, die ist immer kacke. Hast du gehört? War? Ich hab eine Dingsgefund- von, von, für dich. Hm, was denn? White Cowboy hat. Oh lol. Hier. White Cowboy. So. Da backt's ja wohl ein bisschen deutsch, aber egal. Ach, es geht schon. Besser als die Cap. Zum Anfang geht es. Ja. Zum Anfang geht es. Ich werd mich nachher dann wieder eingerichtet, aber ich denk mal, die Maske, die gefällt mir. Hm. Das ist richtig zum Erschauern der, äh, der Gegner, weißt? Ja. Macht einem wirklich Schiss, nicht? Wenn ich so auf dich zukomme, mit einer Axt. Und vor allem, wenn es noch nachts wäre. Ja, ja. Und dann leuchtet er mich so meine Taschenabba an. Richtiger Albtraum, nicht? Ja. Hier ist ein... Lieblings-T-Shirt, Alter. Ja, egal. Ich brauch ein T-Shirt. Das ist egal. Bring ich den mit. Okay. Ich hab gar kein T-Shirt gefunden. Voll asozial. Gib ich den gleich, wenn wir uns wieder treffen? Jo. 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 Das ist ein hässlicher Motorcycle-Helm. Nee, danke. Die hab ich schon zu oft angehabt, das Ding. Ja, das mag ich eh nicht. Das heißt, wie wird's hässlich? Hätten sie auch schicker machen können. Ja. Mit so... Besseren Farben drauf und so. Oh, alles nicht so einfach. Da fängt man einfach mal wieder von vorne an. Ich hab meinen Charakter grad so lieben gelernt. Ich sag noch vorhin, wenn ich das alles verliere, bin ich traurig. Und vor allem, der sah auch gar nicht so schlecht aus mit den Kleidern. Nee. Der war eigentlich gut gekleidet mit den ganzen Grünen. Passte. Vor allem die Militärjacke, ne? Hm. Ich glaub, ich hab die damals nicht gefunden, ne? Ja. Du meintest so, nee, die passt nicht zu mir und dann hab ich sie genommen. Ja. Das ist ja, überleben bedeutet nicht nur immer zu leben, sondern auch mal drauf zu gehen, ne? Also Survival. Das ist ja bei mir eine Frage der Zeit. Naja, auf jeden. Aber du bist echt so ein richtiger Survivler. Ich geh irgendwie immer drauf. Das ist aber nur ein Lack, Chris. Leute, Pascal? Ja? Ich hab so ein Black-Lava gefunden. Musst du gleich mal sagen, ob das gut aussieht. Also das müsste ich gegen die Maske tauschen. Ich will aber die Maske nicht absetzen. Tausch einfach. Dieses Black-Lava ist hier wirklich geiler. Ja. Maske, die sieht man, die hat man noch nie gesehen, ne? Ich weiß, aber du kannst trotzdem behalten. Ja, okay. Sonst für dich nachher oder so? Martin. Wenn ein Black-Lava so ein schwarzes war, würde zu dir auch gut passen. Ja, würde ich nehmen. Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber wenn wir uns treffen, gewischt du bist. Ja. Hier ist nichts mehr an Blut. Schade. Ich fühle mich voll scheiße mit meinem Scheibenwischer in der Hand. Nicht sicher. Nee. War ich jetzt hier überhaupt schon drinnen? Ja, hier war ich noch nicht drinnen. Ah, cool. Wenigstens ein Hoodie, Alter. Hier liegt ein Get-Rugged-Hex-Pack. Das ist der, den du hattest vor dem Duffel-Backpack. Oh, ja. Ja, der ist gut. Wo hast du denn den geilen Scheiß gefunden? Ja, warte, ich komme mal raus. Dann kann ich dir direkt das T-Shirt geben. Ja. Müsst du denn? Komm dann auch mal raus? Bin draußen. Bin auf der schrägen Straße. Weg? Geradeaus durchgelaufen. Ach so, okay, warte, ich komme. Ich glaube, du müsstest denn da hinten irgendwo sein. Warte, dauert ein Stückchen. Echt groß hier, Mann. Ja. Aber Sultana ist ganz gut, um sie wieder aufzumöbeln. So. Hier? Da. Ah, ich habe das. Da wirst du. Hast du schon Oberteil, ne? Ja, ein Hoodie. Der geht doch, oder? Ja, der ist gut. Finde ich auch geil. Hier lag der. Eine Etage hoch. Dann hier. Wo? Da. Ah, hier, okay. Warte, ich gebe dir erstmal dein Dings. Warte mal. Hier, ich lege das hier hin, okay? Ja. Da habe ich es hingelegt. Jetzt mal angucken. Ich habe es an. Geht doch, oder? Ist gut. Nicht? Du findest cool. Sollst du die Augenklappe anlassen oder wegtun? Ach, die hat irgendwie was, die Augenklappe. Ja, ne? Warte mal, ich muss erstmal die ganzen Sachen da reinpacken. Oben war ich schon noch nicht. Ich kann doch mal gucken, was oben liegt. Ja, guck mal. Na, hier liegt nichts. Na, auf jeden. Das geht jetzt schon ein bisschen besser, klar. Gut. Ach, T-Shirt hast du schon weggeschmissen, ne? Ja. Brauchst du ja nicht mehr, hast du gesagt. Genau. Ich glaube, hier hinten waren wir noch gar nicht so doll, oder? Naja. Ich muss die Dings jetzt mal hinten weiterhoben. Du musst ja auch meine Hose für mich wiederfinden. Ja, auf jeden. Ich suche auch nach Hosen für dich. Kann ich dir ja meine geben? Ich habe ja genug jetzt. Nein, nein, ich mag die grünen eh nicht. Was hättest du dir jetzt gegeben, du? Wäre kein Ding gewesen. Die passt nicht zu der Kleidung, die ich anhab, so. Finde ich. Okay. Bist du mehr so eine schwarze Hose. Schwarze. Okay, Mann, ich halte Ausschau. Ja. Schwarze Handschuhe. Das ist schon mal geil. Gut. Aber auch dieses Looten, das macht eigentlich schon viel Spaß in dem Spiel. Ja. Nicht genauso. Das hat uns ja eigentlich gefehlt, nicht? Stimmt. Wo ab und zu was passiert. Eigentlich müsste man doch hier eine Pans finden in der Stadt. Mindestens eine. Bandage. Genau. Und ein weiterer Knife. Und ein weiterer Knife. Was Kai, du glaubst es mir nicht. Warte. Ich habe eine Wasteland 22 gefunden. Das ist ein Gewehr. Mit Scope? Ohne. Aber es sieht eigentlich ziemlich nice aus. Das ist eine Mischung zwischen, wie soll ich sagen, zwischen Shotgun und Mosin, Alter. Was für Rounds brauchst du? Weiß ich nicht. Da steht nur 22. Ein 22er, ein Ranger-Riffle ist das, du. Ein Riffle? Das ist also auf mittlere, ja, das ist also auf mittlere Distanzen ganz gut. Ich habe hier so Rounds, drei, fünf, sieben Rounds. Ja, warte, dafür, dass du wenigstens paar Sachen mitgenommen hast, gebe ich dir die gleich, warte. Ich habe doch ein Gewehr. Ist doch egal. Und wenn du dafür Rounds hast, Alter? Ich weiß ja nicht, ob die dafür sind. Ja. Na, wenn wir sehen. Ich bin immer noch auf der Suche nach dieser Hose für dich. Hm. Du hast dann gehen wir einfach gleich nach Pinecrest und da wird ja in den Klamotten-Laden schon was liegen. Ich denke mal, wenn wir nach Pinecrest gehen, da wird ja in den einen Klamotten-Laden ja schon was liegen. Da wird eine Hose sein, ja, auf jeden Fall. Da wird hundertprozentig eine sein. Oh, komischerweise gibt es hier keinen Klamotten-Laden, ne? Ne. Traurig. Aber gar keine Orientierung mehr hier. Ich gehe jetzt einfach in irgendwelchen Häusern. Hm, hm. Wie gesagt, es ist so schwer in dem Spiel hier Rounds zu finden, nicht? Ja. Sonst lass uns gleich mal treffen und dann nach Pinecrest drüber heiden. Können wir machen. Okay. Okay. Auch nichts mehr, oder? Ne, ich glaube, hier war ich schon drinnen. Sieht alles immer so gleich aus, jedes Haus. Hm. Ja, auf jeden. Ich such dich mal. Schuhe hast du schon, ne? Was hab ich? Schuhe hast du schon, ne? Boah, wat? Schuhe. Oh ja, auf jeden. Aber hässliche. Okay. Was hast du für welche? Ne, Purple. Sind das Purple-Schuhe. Wenn du grüne hast, nimm die mit. Ist nicht grün, ist Purple. Lila. Ne. Pöpel, hau mal ab, Alter. Hier backt irgendwas so... Das ist Kacke. Hier backt irgendwas so... So ein Drecksvieh. Oh. Das backt hier so rum. Ich weiß. Ja, aber keins. Wer bist du, Alter? Wer bist du, Alter? Na, wie gesagt, in Pinecreeze wirst du eine finden. Hm. Eigentlich 100%... Ja. Wenn da nicht gerade alles abgelootet ist. Lass mal auf Sultan jetzt scheißen und lass mal da hingehen. Okay. Treffen uns dann da hinten an der Tankstelle, wo man schon mit Pinecreeze geht. Du weißt, wo das ist, oder? Ähm. Ja, ich denke, ich finde das. Hoffe, ich laufe dann richtig jetzt. Ja, ja. Finde ich dich, Johnny. Okay. Ja, moin. Moin. Sind wir am richtigen Ort, ne? Ja. Wir wissen Bescheid schon, wie das hier aussieht, Mann. Da vorne rechts geht's nämlich zur Tankstelle, nicht? Links. Ach, links, Alter. Holy fuck. Da dann. Ach, zur Brücke. Ebenfalls wäre ich hier langgegangen. Hätte ich das auch gesehen. Ja. Route 88, Alter. Ich muss mal was trinken, glaube ich. Wollen wir den Supermarkt nochmal mitnehmen? Supermarkt? Das ist ein Monster. Hast du was zum Schlagen? Ja, warte. Ich hab was zum Schlagen, ja. Musst du jetzt mal rüberkommen. Der kommt. Komm da nicht rüber, Mann. Der kommt. Komm. Will mich. Ja, ich komme. Ich wollte nicht schießen. Der wollte dich, der Bengel. Ja. Lass mal hier in der Hose liegen, ey. Aber wär's schon nicht schlecht. Ist schon kalt untenrum. Deine Eier abgehen rein, ne? Ne. Hast du schon kleine Eisglöckchen? Endlich mal wie eine Hedgechen, Alter. Ja? Was? Hast du schon kleine Eisglöckchen? Dicke Eisblöckchen, Alter. Energy-Dings finde ich eigentlich Porno hier in dem Spiel. Benutze ich nie. Liegt nix mehr, ne? Ne. Lass mal rechts gehen. 38 Grad und es wird noch heißer. Wird heißer. Das ist meine Körperdrabadrohe. Hast du meine Waffe schon gesehen? Ne. Na das, ist das die? Bestimmt. Guck, die sieht so aus von hinten so. Warte. Probier mal die hier. Ganz komische Rounds bestimmt. Toll. Ne. Okay. Hier, habt ihr wieder hingeworfen. Kommst du? Jupp. Es hat den Anschein, als wäre ich bewaffnet. Bin es aber nicht. Weißt du was, Alter. Mich stört das, dass der hupt. Wirfst du den weg? Ich hab den mitgenommen. Ansonsten benutzt das, das hier. Das. Das. Meine Lieblingsmaske, ja. Zieh mal dir an. Das ist besser. Passt doch zu meinem Outfit. Ja, ist besser. Kann ich mir die andere Scheiße wegwerfen. Ja. War zwar meine Lieblingsbini, aber egal. Ja, hast du immer noch? Ja. Weil ich die mag. Auf jeden. Guck mal, ich sehe aus wie du. Ja. Die hab ich extra behalten. Die ist geil. Ja. Oh, man sieht voll schillig aus, so. Du hast wegenst in der Hose. Voll bü... Warte. Hier, Mann. Brauch ich hier nicht mehr. Ich hab noch Platz. Nein, ich will die nicht. Ich hab die getroppt. Guck mal, nackig. Ich will die nicht. Guck. Jo. Ach nein, Alter. Du bist ein Arsch. Schenk doch nicht was. Nehmen wir es dann wieder. Warum nicht? Du bist ein zu guter Mensch. Ja, ne? Ja. Mir wird ja gerade noch wärmer, seitdem ich die Mütze aufhabe. Bisschen hier lang. Juhu. Pine Creased. Unsere Heimat. Ja. Da sollten wir unsere Heimat hinbauen, meiner Meinung nach. Machen wir auf jeden Fall. Irgendwo in den Wäldern dann daneben. Sobald wir natürlich genug Zeug haben, ne? Aber Hatchits haben wir ja, um Holz zu bauen, ne? Ja. Dann brauchen wir ja nur Nails, Grab Metal, ähm, was brauchen wir noch? Ein Hammer. Ops, Hammer? Hm? Ein Hammer hab ich auch selten gefunden. Ja, auch sehr selten. Ich hatte einen, Pascal. Echt? Ja, ich hatte sogar so ein Ding, womit du ein Auto wieder reparieren kannst. Okay. Hatte ich auch. So eine Toolbox oder was? Ne, 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 ne. Das war so ein, ähm, so ein Kreuzdreher, kannst du dir vorstellen. Okay. Na, schade, Mann. Aber wir müssen hier links. Johnny, können wir gleich überspringen. Hätten wir das alles noch, Alter, wär voll geil. Das war eigentlich super Loot, so in der Hinsicht. Jetzt wissen wir Bescheid, wenn einer von uns stirbt, nehmen wir die besten Sachen erstmal raus. Ja. Ja, war klar, dass die gleich respawnt, Alter. Ja, vor allem, dass du da ankommst und dann auf einmal sind die weg. Ja, ich hab so gehofft, ist das der Wasserfall? Ist das der wirklich? Und dann war er das.